Du hast mir den Hals gerettet, Käpt'n. Ich danke dir von Herzen. Na klar, kein Problem, Junge. So. 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 Doch, so. Das geht gar nicht klar. Nee, das geht gar nicht klar. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich überlege die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ich gucke die ganze Zeit auf die scheiß Map. Was machen wir denn jetzt? Wir sagen, wir nehmen das Fort ein, oder? In der Fall. Das ist ja nur zum Vorteil, wenn wir die haben. Da unten wartet unser Schiff. Soll ich hier Yolo-Jump machen? Dann bin ich tot. Okay, warte mal. Ich mache ein No-Risks-No-Funch-Jump. Das ist noch krasser als natürlich Yolo und die scheiße da. Ich bin tot! Oh nein! Wer hätte das gedacht? Da liegt ein Gras. Im Sand. Tot. Das ist noch krass, wie lange du zocken kannst. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, warum man mir dabei zuschaut. Das ist doch irrsinnig langweilig, oder? Warte mal, gibt es hier interessante Tiere? Nee, nur den scheiß Affen. Lass doch mal los hier. Edward ist auch zum Kreis. F-chen. Und dann kann ich da nicht hier auf die schnelle Übung runter. Gott segne euch, wenn ihr uns von dieser verfluchten Insel holt! Ah, das hatten wir auch zum ersten Mal, so gestrandete. Da haben wir eigentlich mittlerweile nichts, was wir upgraden können. Ich habe schon lange nicht mal geguckt. Ich will auch noch eine neue Montur wieder mal. Irgendwas anderes. Ich finde es nämlich jetzt nicht so spannend, diese Montur nur mit verschiedenen Farben. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch krass. Templer. Templer. Ah, hier steht er sogar noch. Das sieht voll futuristisch aus hier alles. Haifänger, Haie Jäger. Das ist ja alles langweilig. Äh, ich glaube, ich nehme wieder meinen Bossmann hin. Ja. So. Aber ich glaube, es gibt auch eine Herausforderung, wenn ich 100.000 zur selben Zeit habe. Deswegen wäre es jetzt auch scheiße, was wir kaufen. Nee, ich will die Herausforderung haben, ey, 100.000, ich brauche 100.000. Ich sage nicht, das Grundmodell ist jetzt trotzdem noch weiß. Nee, okay, es startet schon. Kann ich nicht da irgendwie schneller? Kann ich nicht teleportieren? Was ist das denn hier? Das ist, äh... Lass uns das mal erstmal entdecken. Das Unbekannte als erstes. Schaffe ich das da durch? Das ist eine optische Verarsche, da kommt man gar nicht durch. Voll im Nebel. Es ist viel zu eng, ähm, ja. Ja. Da kommt der ganze Nebel leer plötzlich. Aber wie viele, wie viele Sachen, wir haben, wie viele Inseln haben wir heute fertig gemacht? Und diese Tauchstation und Tauchstation zwei Stück. Ich glaube, Inseln zwei, drei auch, ne? Oh, auf geilen Jungs, habt ihr das nicht gehört? Was ist denn das für ein Ding? Ah, dummer Dreckshai, ey, verfolgst du mich auch, wa? Ja, steuern genau... Erft die Trab- und Tramsegel! So viel Segel wie ihr könnt! Mars und Tramsegelberg! Ich seh gar nichts, Alter. WTF? Okay. Ich seh überhaupt nichts. Jetzt, 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 jetzt. Ach, das ist hinter der Wand. Okay, jetzt. Scheiß Nebel, ey. Schön von der Seite anschleichen. Gas, Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Habe ich noch einen Mörser? Ich hab keinen Mörser mehr. Feuer! Da ist sie am schwächsten. Feuer! Feuer! Sie präsentieren sich heute. Lassen Sie dafür bezahlen. Feuer! Na, Käpt'n, da sind Sie am empfindlichsten. Warten auf dein Zeichen, Käpt'n. Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Da, Käpt'n, da sind Sie am empfindlichsten. Feuer! Ja, 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 ja. Feuer! Ja, Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Feuer! Da ist sie am schwächsten. Feuer! 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 Sie präsentieren sich uns. Feuer! 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 Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Vielleicht erstmal den Turm. Feuer! Feuer! Ja, ja, schieß ruhig. Er schieß zurück. Feuer! Aber stehen noch. Feuer! 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 Sie fällt aus. Sie quassel ein Ursch. Feuer! Bereit zu schießen! Wir schießen dann noch auf uns. Feuer! Wir schießen dann noch auf uns. Shit. Das hab ich... Irgendwie hat's gut angefangen. Und dann hab ich's verkackt. Weil ich zu dumm war. Habe ich zu dumm angeschreckt gerade wieder. Shit, shit. Ich hätte auch gedacht, dass wir noch ein bisschen mehr Mörser haben. Pfff. Aber die Schiffe haben auch schon wieder auf uns geballert, wa? Irgendwie ist es ja... Es gibt ja drei Möglichkeiten. Entweder kommen dann Schiffe, die das Fort unterstützen. Es kommt ein unfassbarer Sturm aus dem Nothing heraus. Nobody weiß warum. Aber es ist immer so. Nein. Das Fort greift die Schiffe an. Achso, das sind Sparger. WTF? WTF? Was ist denn gerade... Was ist denn gerade los hier? Den Eindruck, als hätte ich nicht die volle Kontrolle drüber. Was hier passiert. Die Schiffe... Ne, die Schiffe haben mich nicht angeballert. Okay, dann war es einfach nur... Meine unfassbare Dummheit. Feuer! 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 Ups, hab ich da gerade jemanden wegehauen? Feuer! 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 Einen fort anzugreifen Ouuuuhh, Trickshot Oder auch nicht Es ist sehr sehr dumm Was heißt dumm, aber ich kann ja jetzt nichts dafür Es ist sehr scheiße, einen fort anzugreifen ohne geliebten Mörser Ich könnte jetzt versuchen, das Schiff zu entern Um mein Schiff zu reparieren, soll ich das versuchen? Ich soll es versuchen Ja Am ich zufrieden? Ich bin es nicht so süß